Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker, 49, taut dem Hamburger Alexander Zverev zu, die Nachfolge von Roger Federer und Rafael Nadal als Dom in A-Tor im Weltenes anzutreten. Sascha Zverev ist von der Veranlagung her der Beste der Nachfolgegeneration, sagte der Head of Mains Tennis im Deutschen Tennisbund, DTB, der Sportbild. Aber es kann auch noch alles schief gehen. Du musst halt erst mal was gewinnen, und gewinnen heißt. Grand Slums Allerdings glaubt der dreimalige Bimbedon-Sieger Becker, dass sich der 20-jährige Zverev noch ein wenig gedulden muss, denn die dominierenden Spieler der letzten Dekade, der 36-jährige Federer und Nadal, 31, seien eine andere Liga. Top 5 unter allen Sportstars weltweit. Das ist vergleichbar mit Messi und Ronaldo.